hallo und herzlich willkommen zurück hier am heutigen freitag zur ausgabe 347 in der milliarden challenge und schön dass du wieder die zeit nimmst um dir dieses video von mir anzuschauen in den letzten folgen haben wir uns immer um die karotten gekümmert im moment kann man uns ja nichts kümmern weil regnet daher habe ich mir entschieden hier ein bisschen miss durch die gegend zu fahren hier eben schnell auch die biogasanlagen zu verteilen mal was anderes zu sehen im dimm ist irgendwer das angekommen ach so genau den sprinter habe ich da zum ding zu schicken damit er da die semmel dahin gebracht hat ja weil die möhren halten uns da klar jetzt auf da habe ich oben jetzt noch das rapsfeld aber wenn das ja fertig ist und da hat auch alles ja dann halt gestoppen weggemacht und 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 können noch auf dem einen feld sollte fertig sein weil irgendwann hat hier die arbeit beendet dann sollten wir das fertig haben genau das mulchen ist dort fertig das hat er fertig gemulcht und dann sollten wir da mal eben kurz noch mal ein neues saad mit drauf legen weil wir proben und so brauchen wir gar nicht nicht viel wenn wir eben ein neues saad mit in dem moment haben so und zack und jetzt gucken wir die rechte saad jetzt halt wieder ablädt so der ist ausgeschaltet von daher ja alles gut so ähm ja das geht ja auch so der ist ausgeschaltet der stoppt auch weil es regnet aber nicht dass es jetzt in der aufnahmesession nochmal auf wird zu regnen da muss man mal gucken wo man hinfallen weiß noch nicht hier könnte man vielleicht auch noch ein paar bretter verkaufen das ist ja eine maßnahme das steht auch hier das ist aber das hier mal gucken was ist da drinnen ah da könnte ich hier weg weil der wieder hier im weg herum steht so jetzt müssen wir mal gucken wo kann man denn als nächstes einsetzen so jetzt müssen wir erstmal schauen wo denn wo denn das ganze wo man denn noch eine Ernte braucht wir haben noch Feld 39 kann das sein weil der neue Ernte erntet ist 36 39 Tatsache ist der neue Ernte erntet 36 39 Feld 13 muss auch mal erntet werden ja das kannst du aber mit dem 80 Meter Schneidwerk vergessen das heißt wir bringen das Schneidwerk würde ich sagen mal zum Hof weil der bringt uns jetzt hier nicht auf so kleinen Felder anbringen ich lasse den aber jetzt fahren so dann haben wir noch einen anderen Grescher da steht er dann würde ich sagen kaufen wir dafür ein kleines Schneidwerk oder Mietenpaneel ne komm wir kaufen das ist ja mein Gott aber jetzt so geil zu sein auch andere müssen leben nicht nur wir so Schneidwerke ach so Moment ich sollte vielleicht mal ein eigenes nehmen das wäre nicht verkehrt ja zur Kartoffelernte so ja ok hier haben wir doch da haben wir doch schon ist doch schon fertig wunderbar so und sagen wir hier kaufen und jetzt so zurück 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 zum Händler zum Händler zum Händler dem Händler unseres Vertrauens ja ja also ja nein was mache ich denn hier mache wir alles kaputt Ende 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 ja passiert passiert so jetzt müssen wir wirklich nochmal ne Entschuldigung wenn ich mich jetzt so daran aufhänge das Karottenfeld arbeitet jetzt echt mal ne ich sag mal wir haben jetzt 300.000 Liter Karotten oder so kann ich gar nicht machen können kann ich gar nicht machen können sehr schön so dann schicken wir ihn hier schon mal zu Feld 96 Talala zu Feld 39 hier haben wir gar keinen hier habe ich noch gar keinen Punkt gemacht wegen zu Feld 39 das ist schon gut ähm ah genau der hier war fertig so jetzt müssen wir nochmal gucken das nächste Feld was er dann machen kann ist das Feld 52 ne so und go okay so und jetzt mache ich ach jetzt hat er sich auf die falsche Seite oi 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 o alles klar hoi b oi oi o-o oi oi o o Hammer! So! Ah, der ist auch hier angekommen. Sehr schön. Hat er mal unterwegs auch ein Schneidwerk verloren? Das ist doch jetzt all nicht wahr, oder? Was ist da eigentlich in meiner normalen? Ach, das schneidet vielleicht wieder weg. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Irgendwas stimmt hier vorne. Stimmt auch hier. So. So, wenn es nicht stimmt. Ähm, Feld 39. Go. Was hat denn jetzt denn? Egal, ich hab das in der Hintrag. Ach, da lädt es. Hier lädt es. Da ist es. Ja, wunderbar, ey. Ja. So, enden. Äh, reparieren, lackieren, konfigurieren, verkaufen. Warum kannst du die Dinge nicht zurücksetzen? Oh, mein Gott. Ähm, verkaufen. So. Zeig mal, tschüss. Weg ist es. Oh, nein, okay. Ne, ja. Ja, das ist doch richtig schon normal, ja. So, hier sind wir jetzt 80.000. So. Aber für diejenigen, die es jetzt wunderbar bekommen, die immer nach 14.000, ja, ne, vom Verkauf logischerweise, ne? So, das heißt, der ist jetzt mal hier leer. Muss man gerade in den Produktionen hier gucken. Da haben wir ja schon lange nicht mehr reingeguckt, wie es denn da überhaupt aussieht. Ähm, Saatgut. Wir brauchten irgendwo Saatgut. Haben wir hier noch Saatgut in der Agrarproduktion? Ne, haben wir ja kein Saatgut, ne? Ich glaub, ja nicht, ne? Ne, Saatgut haben wir ja nicht. So, haben wir hier Saatgut. Hier haben wir Saatgut. 2 Millionen Liter. So. Dann würde ich sagen, fahren wir mal eben da hin. Denn, wir brauchen dringend, dringend Saatgut. Weil das, die eine oder andere Produktion hat nämlich keinen Saatgut mehr. Dann gehen wir mal eben schnell Saatgut holen. So, dass wir noch ein bisschen weiter produzieren können. Irgendwann, äh, irgendwann, äh, irgendwann, der letzte Teuge hat schon mal nochmal angedacht, ne? Das sind nur noch drei Monate. Die Gedanken haben ja gar nicht zu Ende geführt. Ja, also in drei Monaten ist es so, dann ist die Milliardentheile zu Ende. Und wenn diese Folge erscheint, ja, glaube ich, sollte, ja, äh, 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 äh. Ich sag mal, heute den 16. In drei Monaten ist also schon der LS25 draußen. Also schon daher, der kommt ja am 12. November, wird er ja veröffentlicht. da kann man ihn dann ja spielen und ja von daher ich bin da mal gespannt wie gesagt ich habe mich nicht festgelegt wie es bei mir weitergeht von daher verzeiht es mir dass ich mich da noch nicht festgelegt habe also mit der milliarden challenge wird es ja klar am 12. November erst mal nicht weitergehen aber es wird logischerweise erst mal eine pause geben weil es ja keine marisch gibt kann sein dass wir das auf einer standardkarte dann erst noch weiter spielen oder eröffnen das weiß ich noch nicht habe ich noch nicht im final entschieden aber ich sage mal ich habe ja noch ein paar monate zeit das zu entscheiden weil das hängt ja klar logischerweise ein bisschen davon ab wie meine zeit und alles andere drumherum auch jetzt weiter sich entwickelt und daher möchte ich dem nicht vorweg greifen gehe davon aus dass es eine positive entwicklung weiter geben wird ob sie allerdings in der geschwindigkeit weiter geht wie sie aktuell ist weiß ich nicht weil es ja auch davon abhängt wie viel zeit ich habe jetzt bräuchten wir eigentlich einen etwas stärkeren traktor nochmal der mir auf den feldern jetzt mal ein bisschen hier unter die arme greift und das eine oder andere fleisch erledigt daher würde ich sagen zum schluss kaufen wir noch mal eben kurz einen traktor dann gehen wir hier drauf hier auf fahrzeuge und eigentlich eigentlich würde ich gerne kann wir kaufen noch so einen aber diesmal nur ein 10 80 reicht eigentlich so reifen variante logischerweise breitreifen mit gewichtes also ein design hätte ich gerne im fahrmanager style ja kannst du ja dran machen so gps pro minute farbdesign ne kannst du keine hänze ausgelassen ich brauche jetzt keine extra farben dafür so 137 so leertaste und dann machen wir hier kaufen jawohl dann gehen wir zurück 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 ach kratsch so nehmen wir hier drauf so irgendwo hier gewichte dann nehmen wir hier drei tonnen gewicht kann meine konfiguration das ganze in grün bitte grün und das ganze bitte kaufen gehen wir zurück 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 steigen hier aus gehen wir zurück zu hammern und ein foto dafür für die galerie dann würde ich sagen starten wir mal den motor oder ist die völker schon wieder zu Ende so und mit diesen bildern verabschiede ich mich sage danke und schönen freitag noch bis morgen am schönen samstag guten start ins wochenende wünsche ich bei bei so